Alles fing klein an. Namenlose Leute, die niemand vermissen würde. Tot. Weggeworfen. Ihre Kehlen aufgerissen. Die Kirche ignorierte die Morde. Selbst dann noch, als sich die Angst häufte wie die Leichen. Die Verzweifelten und Mutigen bekämpften die Verderbnis. Doch sie kamen zu spät. Es veränderte sie. Tötete sie. Brachte sie hungrig zurück. Ich habe diese Plage lange bekämpft. Wir brauchen etwas anderes. Einen Überlebenden mit allen Stärken. Und ohne unsere Schwächen jemand Unerwarteten. Sie werden euch nicht kommen sehen. Verfolgt sie. Jagt sie. Tötet sie. Im Reich der Dunkelheit sind wir das Leuchtfeuer. Mögen unsere Pfähle die Herzen der Verdammten durchbohren. Denn heute Nacht jagen wir.